Petra Wio FFH, Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau, ey, da krieg ich so einen Hals. Andi, die drei Eisheiligen sind bei dir auch Scholler, Langnese und Mövenpick. Boah, was ist das kalt geworden. Mein Kevin hat schon angefangen, bei Rewe die Winterreifen auf die Einkaufswagen zu ziehen. Der Stefan hat ja einen Smart und kauft seine Winterreifen immer im Toys-Ars. Hermann, du hast zu Hause Klangschalen, nicht wegen der Entspannung, sondern weil da verdammt viel Pudding reingeht. Patrick, du Super-Checker, du verdrehst allen Frauen den Kopf, ne? Du schaust hin und die drehen sich weg. Morgens ist es mittlerweile so kalt, da bildet sich Urlaubsreif. Und jetzt ist wieder FKK-Zeit. Früh-Dunkel, kalte Hände, kalte Füße. FKK. Ich lasse meine Jungs aber erst in langen Klamotten spielen, wenn du auf der Gänsehaut Sauerkraut hobeln kannst. Früh-Dunkel ist halt doof, weil wir haben bei uns ja kein Flutlicht auf dem Platz. Jetzt stehen da beim Training immer vier Jungs in jeder Ecke und erhellen mit ihren Smartphones den Platz. Das sind in meiner Mannschaft aber nicht die einzigen Armleuchter. Kevin. Boah, der ist so hohl, der hat keine Freunde, dafür aber Gesichtswurst im Kühlschrank, mit der er redet und wenn die zu viel weiß, isst er sie einfach auf. Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.